Die Selbstversorger-Pflanzenbibel. Leben und Überleben ohne Supermarkt. Das ist mein neues Buch. Und wenn du wissen willst, was es kann und ob das auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Da ist es, dieses Buch. Und ich bin wieder sehr stolz auf dieses Buch, denn das ist wieder etwas ganz Besonderes, etwas wirklich Tolles und etwas, was es so am Markt nicht gibt. Aber was kann das für dich? Dieses Buch beschreibt über 20 Prepper-Pflanzen, Survival-Pflanzen, Pflanzen in der Selbstversorgung, die du in deinen Garten integrieren kannst. So, jetzt wirst du sagen, langweilig. Warte, 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 warte. Überleben ist nicht nur Überleben in der Natur, in Extremsituationen, wenn ich einen Unfall habe und was gebrochen habe oder eine Unterkühlung habe, sondern Überleben, das ist etwas, über das wir heutzutage in unserer Zivilisation einfach nicht nachdenken müssen. Da gibt es nämlich sogenannte Supermärkte. Ja, den Supermarkt gibt es da. In der Vergangenheit war das anders. Da war die Selbstversorgung nicht ein heroisches Ziel oder eine romantische Vorstellung, sondern es war knallharte Realität. Es war nicht, oh, ist schön, dass ich einen Ausgleich habe zu meiner Arbeit, was ich alles gut finde übrigens. Aber früher war diese Selbstversorgung eine Notwendigkeit. Ohne diese Selbstversorgung wären die Menschen tot gewesen. Und ich behaupte auch, dass der Schritt von einem Jäger und Sammler hin zu einer sesshaften Bauernkultur mit all den Vor- und Nachteilen, die sich dadurch ergeben, entstanden ist. In dem Sinn, dass man am Anfang wilde Pflanzen gesucht hat. Und dann ist man draufgekommen und da bin ich mir ganz sicher, dass man draufgekommen ist, ah, diese wilden Pflanzen haben sehr viel Energie. Und was brauchen die für eine Umgebung? Wenn ich eine große Klette zum Beispiel hernehme, eine große Klette, eine wilde Pflanze, dann weiß ich, dass sie ganz spezielle Bodenbedürfnisse hat und ich weiß, dass sie ganz spezielle Standorte liebt. Da wächst das in großen Mengen. Und wenn ich davon abhängig bin, wenn es eine Notwendigkeit ist, dass ich diese Pflanze sammle, weil es keinen Supermarkt gibt, dann werde ich ihr Raum machen. Ich werde ihr Platz machen. Ich werde die Bäume abhaken, damit sie sich dort gut ansiedeln kann. Und das mache ich über Generationen. Und so wird das immer größer. Und dann kultiviere ich mir spezielle Arten heraus. Und so hat sich das nach und nach, ist man von einem Jäger und Sammler hin zu einem Gärtner und Bauer geworden. Und Rinn natürlich auch. Der Punkt dabei ist, dass wir das verlernt haben und dass wir diese Notwendigkeit in unserer zivilisierten Welt einfach nicht mehr haben. Es gibt den Supermarkt und ich bin froh, dass es den gibt. Aber Dinge können sich ändern. Dinge können sich ändern. Das hat meine Großmutter auch immer gesagt. Und daher habe ich gemeinsam mit einer ausgewiesenen Expertin im Bereich der Selbstversorgung, nämlich Manuela Keiner, die bei mir mitarbeitet, die Kurse in meiner Survival-Schule gibt, auch Selbstversorgerkurse übrigens, dieses Buch hier geschrieben. Und zwar, wir wollten nicht wieder irgendein Selbstversorgerbuch, wie es eh schon 100.000 über Permakultur und so weiter, und ich habe die Bücher alle. Sondern wir wollten hergehen und dir die Möglichkeit geben, mit einem Buch, wenn du das hast, zu beginnen. Und auch wenn du sagst, ich habe keinen Garten, ich habe nur einen Balkon oder nur ein Fensterbrett, dann kannst du mit diesem Buch hier beginnen. Denn wir haben die wichtigsten Kulturpflanzen, die wichtigsten Selbstversorgerpflanzen aufgelistet. Und jetzt stellst du dir die Frage, langweilig, aber was bringt mir das? Wart, 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 wart. Es geht da jetzt nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern wir haben Pflanzen ausgewählt in diesem Buch hier, in diesem reich bebilderten, 350 Seiten, starken Hardcover-Buch, in dieser Bibel sozusagen. Weil wir Pflanzen ausgesucht haben, die eine Fire-and-Forget-Lösung haben müssen. Was meine ich damit? Ich habe zu Manuela gesagt, Manuela, ich brauche Pflanzen, und ich hatte auch ein bisschen eine Idee, aber sie ist die wirkliche Expertin, die dann die Details ausgearbeitet hat. Aber ich habe gesagt, wir brauchen Fire-and-Forget-Pflanzen. Das heißt, die baue ich einmal dort an und dann ist die Sache erledigt. Ich brauche dann dort nicht die ganze Zeit gießen und schauen und schneiden und abklappern und oh, da ist jetzt der Käfer drauf, das muss ich weggeben, weil das frisst mir meine Pflanzen zusammen. Ich habe gesagt, wir brauchen Fire-and-Forget-Pflanzen, anbauen und vergessen. Und diese Pflanzen, die findest du da drinnen. Das Zweite ist, wir brauchen nicht nur Pflanzen, die einfach gesund sind, unter Anführungszeichen, und uns Vitalstoffe geben, sondern wir brauchen Pflanzen, die Kalorien rüberrücken. Es hilft dir nichts, und das habe ich schon einmal in einem Video gemacht, da gebe ich dir da oben den Link, ja? Nämlich bei Wildpflanzen, es hilft dir nichts, wenn du das grüne Zeug da draußen isst. Ich meine, es ist gesund, es hält dich gesund, es hält dich fit, krebshemmende Stoffe, Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, entzündungshemmend, super, aber es hat null Kalorien, weil du keine Kuh bist. Zumindest von der Verdauung her. Und das haben wir hier jetzt umgelegt auf Kulturpflanzen. Es interessiert nämlich einen, das ist uninteressant, sondern wir brauchen Pflanzen an die Hand, die dich ernähren können. Denn, das ist genauso wie in der Natur, ist das auch bei einem Selbstversorgergarten, der eine Notwendigkeit ist, dass du Pflanzen hast, die mit wenig Energieaufwand maximale Erträge liefern. Und die haben wir hier drinnen zusammengefasst. Und wir haben das Ganze dann auch so gemacht, dass wir dazu dann noch hier Rezepte dazu gegeben haben. Wie ist das Buch gegliedert? Wir haben begonnen mit über 20 unterschiedlichen Selbstversorger-Prepper-Pflanzen, haben wir dieses Projekt eigentlich genannt, obwohl es die Selbstversorger-Pflanzen-Bibel ist. Nämlich mit der Idee, Pflanzen anzubauen. Und auch wenn du keinen Garten hast, kannst du das tun. Und auch das beschreiben wir in dem Buch. Jede Pflanze wird einzeln beschrieben, nämlich, welche Kalorien Gehalt sie hat, wie viel Aufwand es ist, wie du es so machst, dass es wenig Aufwand ist, welche Schädlinge sie hat, oder besser gar keine, wie du sie erntest, wie du sie aufbereitest, nämlich Rezepte dazu, wann der beste Zeitpunkt ist, sie anzubauen, wann ist der beste Zeitpunkt, sie zu ernten, wie kann man sie konservieren. Also, das haben wir alles in dieses Buch reingepackt. Deswegen sind es auch 350 Seiten. Ich hasse normalerweise dicke Bücher, aber es muss da einfach sein. Weil diese Information mitgegeben werden muss. Und das zweite ist, das ist der zweite Teil, wir haben wichtigste Pflegehinweise gegeben, die allgemeingültig sind, nämlich gegen Schnecken, wie du sie am besten anbauen kannst. Das hast du zum Beispiel auf Paletten, so jetzt hier zum Beispiel, wir bauen hier in diesen Paletten, hier in diesen kleinen Teilchen hier, bauen wir diese Pflanzen an. Also es braucht keinen 100 Hektar Garten, sondern das geht auch in einer kleinen Mini-Palette. Wir haben zwar einige davon. Es geht auch bei dir am Balkon. Und selbst wenn du keine Anbaufläche hast, wenn du in der Stadt bist, geben wir dir hier Strategien an die Hand. Und das meine ich genauso, wie ich das sage, dass auch du, wenn du in der Großstadt bist, dein eigenes Gemüse, zwar im beschränkten Rahmen, ist schon klar, aber anbauen kannst. Das findest du alles in diesem Buch, mit den dazugehörigen Rezepten, Aufbereitung haltbar machen. Und das finde ich toll. Wir haben dann hier hinten noch einmal alle Pflanzen in eine Art Porträt zusammengefügt. Und dann noch in einem Diagramm. Das ist vielleicht, wenn du sagst, Diagramm, das klingt nach Schule. Ja, eh. Aber da ist auch ein Anbaukalender dabei und ein Diagramm nämlich dahingehend, damit du die richtige Auswahl für dich treffen kannst, welche dieser Pflanzen das Richtige sind. Das ist eine Art Baukastensystem, mit dem du deine Bedürfnisse und das, was du zur Verfügung hast, die richtigen Pflanzen auswählen kannst. Und dieses Buch, so in dieser Form, diese Selbstversorger-Pflanzenbibel, Und das ist so. Das gibt es in dieser Art und Weise am Markt nicht. Weil wir uns nicht um das Garten im Allgemeinen kümmern und über irgendwelche Strömungen oder sonst irgendwas, sondern knallharte Fakten, damit du schnell und effektiv beginnen kannst, deinen kleinen oder großen oder geheimen, sagen wir das jetzt mal so, Selbstversorger-Garten zum Leben und Überleben ohne Supermarkt anlegen kannst. Wenn dich das Buch interessiert, gebe ich dir unten den Link. Schau dir das an. Ich sage dir eins. Dieses Buch ist wieder mal etwas ganz Besonderes, weil ich es hasse, einfach irgendein Buch zu nehmen und einfach nachzuschreiben und abzuschreiben, sondern eine Idee. Etwas, dass du einen Vorteil mitnehmen kannst aus diesem Buch. Dass es nicht nur einfach ein Buch ist, mit dem man Nüsse knacken kann. Könnte man übrigens mit diesem Hardcover. Sondern, dass du einen wirklich wahrlichen Mehrwert hast, dass dieses Buch dein Leben und Überleben einfacher macht. Und das haben wir mit dem 100%ig geschafft. Schau es dir unten an, bestell es, 14 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das kann ich auch gleich wieder dazu sagen. Das ist auf jeden Fall so. Also schau es dir an, du hast überhaupt nichts zum Verlieren. Ich würde mich freuen, wenn du mir dein Feedback gibst. Daumen nach oben oder nach unten. Link zum Produkt findest du auch. Es lohnt sich. Nutze die Chance. Die erste Auflage ist knapp beim Essen. Dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao.